Was hatten die alle eigentlich immer für Schwächen? Das müsste ich mal nachgucken gleich. Ich habe es wieder vergessen. Weil er Blitz in mein Hirn eingeschlagen hat. Oh Gott, wie viel hält denn dieser Dula-Hahn aus? Also wirklich, böse. Jetzt wirst du mit Raketen bombardiert. Mit Raketen geht immer alles. Raketen, das sind die Lösung meiner Probleme, Tegan. Alles in die Luft zu bringen, ja, mit Raketen. Egal. Aber könnte erst mal wieder ein kleines Orange-Gel verschlagen. Ja, weil er meine Monstern ist. Vielleicht darf ich erst mal wieder... So. Hm. Noch Hohenkraut noch mal. TP. Macht der Ruhner. Hohenkraut. Wo haben wir... Hohenkraut noch nicht. Ah, was ist das? War noch das andere Krautteil. Ich komme gerade mit gar nichts zurecht. Cyber habe ich noch. Ach, go to hell. Go to hell. Ja, Wildkarte. Wild bin ich weiter. Toh, boi. Toh, boi. Toh, boi. Toh, boi. Toh, boi. Pipi. Amba. Ah, das war mir. Wir haben 40 Prozent der Monsterliste gefüllt. Hat der noch irgendwelche? Dunkelheit hab ich sowieso nicht. Von daher ist mir das vollkommen egal. Licht heilt ihn? Licht heilt ihn? Ich hab nur vier Augen. Oh Gott! Oh Gott! Geil! 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 Wenn man jetzt einfach am meisten CP hat! Ah, schön! Geil! 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 So... Das Licht kommt aus. Und hier liegt, oder? Eigentlich ist ja Asuka Licht, aber... Gibt es hier Asuka? Dass Luna jetzt hier aus dem Licht zuständig ist. Und hier ist das Licht. Und hier muss ich irgendwie knallen. Das hier auch? Ja. Was hat das mit damit auf sich? Die Kerzen abfackeln? Spring rüber, spring rüber, spring rüber. Ja, jetzt flieh, flieh. Ich werde nicht mehr gegen diesen Penner kämpfen. Das hat keinen Sinn. Das ist ekelhaft, der Kampf. So viele Wege. Da ist eine Tür und da geht's hoch. Da sind viele Türen. Zwei Türen. Mein Spiegel. Nachher hier. Okay, das geht noch. Aber nicht, wenn sie von beiden Seiten kommen. Das ist einfach nur ekelhaft. So. Wind, oh Wind. Das himmlische Kind. Damit bist du gemeint, Amber, weil du als Einzige im Himmel schwebst. Süß. Der Depp ist mir grad sowas von egal. Der Kohle muss weg. Der Kohle muss weg. Obwohl, er ist mir nicht egal. Wind. Bring mir hier zum Schweigen. Er will nämlich casten. Das ist böse. Ich werde in Skype angeschrieben. Mitten im Kampf. Was soll das? Wer wagt es? Oh Gott. Ja, da guckt man einmal nicht hin und dann wird man direkt zusammengeschlagen. Egal. Egal. Wind, heil mich mal. Das ist nicht, wie man mich heilt. Ich werde nicht durch Regen geheilt. Taktorbeam. Taktorbeam. Ist egal. Ich habe gerade wirklich gute Laune bekommen. Und wenn ich hier mal zusammengeschlagen werde. Ach Gott. So, weg mit dir. Jetzt habe ich noch das Räde in Auge bekommen. Mann. Was soll das? Und nein, Rappi. Elvis ist tot. Er lebt nicht. Weil er gerade Elvis lebt schreibt. Mann. Typisch Rappi. Aber er ist diesmal nicht alleine schuld. Ja. Neuer Spruch für Mint. Sag mir, dass es Resurrection ist. Po-Po-Hemmer. Lämmt Gegner durch einen gigantischen Hammer. Der auf den Kopf fällt. Ja, ich packe jetzt den Po-Po-Hemmer aus. Und hole ein paar Leuten auf den Kopf. Oh, der ist auch so teuer. Oh Gott. Ist mir egal. Du kannst mich mal wieder an eine Heilrunde, ne? Ach, schön. Da ist irgendwas Verdächtiges dran mit diesen Spiegelräumen. Bestimmt. So viele Türen. Ja, ist ja auch ein Schlosschicken. Orangegel. Wasser des Lebens. Ich könnte heiliges Licht wieder anmachen. Heilig. Wo sind meine heiligen Lichter? Da. Jetzt freue ich deines Lebens. Ich bin erleuchtet. Ich bin erleuchtet. Hier scheint es weiterzugehen. Hier scheint es auch weiterzugehen. Aber hier sind Apfelgele. Huhnenstab. Ist das eine Waffe für den zufällig? Nein. Nein. Doi. Oh, stopp. Kann sein. Versuchen wir mal auszurüsten. Oder auch nicht, weil... Das ist die selbe Waffe ist? Ja, gib mir die gleiche Waffe. Vielen Dank. Hab ich mir schon immer gewünscht. Gott. Hä? Zyklon. Da hinten was Magier-Typi, ne? Silence. Ich hab jetzt schon wieder die Schwäche von diesem kleinen... ...Mulans vergessen. Ach, scheiß drauf. Ja, befördige ihn aus meinen Augen. Zeichelon. Zeichelon! Cyclone! Hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm. Geek-geek-geek. Deine Evangelion. Geek-geek-geek. Geek-geek. Geek-geek. Bis zum nächsten Mal.